Nummer 5. Es zeichnet sich durch seine große Reichweite aus. Zwischen zwei Motorradfahrern erreicht es 1600 Meter. Und wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, kann man mit bis zu 15 Motorradfahrern sprechen, mit einer Reichweite von etwa 8000 Metern zwischen dem ersten und dem letzten. Die Klangqualität ist hervorragend und hält auch bei Geschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern sehr gut durch. Die Batterie kann bis zu 13 Stunden halten. Die Bedienung ist praktisch, die Konfiguration der Tasten ist einfach und bequem. Es ist wasser- und staubdicht. Integriertes Radio, GPS-Anschluss, Sie können MP3-Musik hören und mit anderen Motorradfahrern teilen, Sie können auch das gleiche mit einem Telefonanruf tun. Es verfügt über eine Sprachsteuerung, sodass Sie es direkt mit Ihrer Stimme bedienen können, für mehr Komfort und Sicherheit. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Die Gesamteigenschaften sind gut, mit klarem Klang, egal ob Sie mit Ihrem Co-Piloten oder einem anderen Piloten sprechen, solange diese sich in einem Radius von etwa 1000 Metern befinden. Sie können auch mit vier Personen gleichzeitig kommunizieren, also ideal, wenn Sie in einer Gruppe unterwegs sind. In diesem Fall beträgt die Reichweite 2000 Meter zwischen dem ersten und dem letzten Piloten. Es ist IP67-zertifiziert, wasser- und staubdicht. Der Akku hält bei maximaler Leistung ca. 12 Stunden, mit Funktionen wie MP3-Musik hören, sich mit dem Smartphone verbinden, um Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen oder das GPS zu nutzen. Es enthält auch ein Radio. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Diese EGS V6 Pro Gegensprechanlage ist ein Produkt für anspruchsvolle Motorradfahrer, die ein Gerät suchen, das Gespräche mit bis zu sechs verschiedenen Personen ermöglicht. Das Modell verfügt über eine Vollduplex-Funktion, mit der Sie gleichzeitig sprechen und Musik hören können. Es verfügt über eine Option zur automatischen Annahme eingehender Anrufe und zum Rückruf der zuletzt auf dem Smartphone aufgeführten Nummer. Es verfügt über einen leistungsstarken 850 mAh Akku, der 12 Stunden Betrieb und bis zu 400 Stunden Standby-Zeit ermöglicht. Es ermöglicht ein Gespräch zwischen Motorradfahrer, die sich in einem Abstand von bis zu 1200 m im freien Gelände befinden. Es verfügt über ein integriertes High-End-System, das die Geräusche bei Geschwindigkeiten von bis zu 140 kmh effektiv reduziert. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Es hat eine Akkulaufzeit von ca. 12 Stunden, mehr als genug, um eine lange Fahrt mit dem Fahrrad zu beleben. Mit dieser Gegensprechanlage können Sie mit Ihrem Begleiter sprechende Musik hören, das GPS nutzen und Anrufe mit Ihrem Smartphone empfangen oder tätigen. Der Klang ist gut, wenn Sie sich mit Ihrem Partner oder anderen Motorradfahrern unterhalten, aber ab 100 Stundenkilometern beginnt er an Effektivität zu verlieren. Beachten Sie, dass Sie dies mit mehreren gleichzeitig tun können, was Sie zu schätzen wissen werden, wenn Sie normalerweise in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern fahren. Die ungefähre Verbindungsdistanz beträgt ca. 2 km, sodass Sie auch über weite Entfernungen hinweg Gespräche mit Mitreisenden führen können. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Die Sena-Sprechanlage ist ein Gerät, das bei allen Wetterbedingungen funktioniert. Das Modell ist wasserdicht, sodass Sie es auch im Regen verwenden können. Es verfügt über ein eingebautes System, das eine automatische Störgeräuschkorrektur und die Möglichkeit der Steuerung über Sprachmeldungen bietet. Es ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit einem Smartphone, MP3-Player, Navigationsgerät und anderen Kommunikationsgeräten. Das Gerät hat eine Reichweite von bis zu 700 Metern und ermöglicht es Ihnen, mit einer einzigen Ladung bis zu 7 Stunden lang zu telefonieren. Es bleibt für 7 Tage in Bereitschaft. Die Aufladezeit des Lithium-Polymer-Akkus beträgt 2,5 Stunden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Die Aufladezeit des Lithium-Polymer-Akkus beträgt 3,5 Stunden.